Internet und YouTube zurück bei Skyrim. Wir müssen J drücken. Okay, wir müssen Gaius töten. Aber weder in Brachenbrücke noch auf der Straße. Das ist nicht gut. Lasset uns nochmal einen Blick in seinen Reiseplan werfen. Okay. Schloss Elend. Wunderbar. Tiretas. Windhelm. Am Abend. Windhelm. Mittwoch. Rifton. Rifton? Das klingt doch gut. Sowieso zu meiner Frau. Ich sage es euch, ich komme kaum zu Videos. Zu Videos zu machen. Um Videos zu machen. Es kommt, was kommt. Das ist meine Erklärung. Es kommt, was kommt. Okay, damit hätten wir dieses Thema auch abgehakt. Und, äh, was wollte ich? Karte. Heute Tirtas. Okay. Äh, Riftoni? Riftoni? Dann sind wir eben mal einen Schritt voraus. Gut, es ist vielleicht nicht die beste Idee, ihn in meiner Heimatstadt umzunieten. Beziehungsweise, wenn ich erwischt werde. Das ist das Problem. Ich meine, ich habe kein Problem damit, ihn umzunieten, aber... Ist doch blöd, auf den Marktplatz dann zu gehen und... Hallo, könnte ich bitte die zwei Karotten haben und... Hey, du bist doch der... Mörder. Zurückbleiben, Bürger. Ich muss mich um eine wichtige Sache kümmern. Nicht schlecht, dass mich... Seid vorsichtig, Mjoll. Naven Schwarzdorf. Hallo? Alles klar? Schau, wie lebendig du noch bist. Gutes Gefühl, oder? Aber ordentlichen Speed hat er drauf gehabt. Hat auch eine Schnellreise, der Typ. Respekt. Okay, er geht also jetzt in die Feste. Zum Essen und Schlafen. Okay, ich hoffe, du schläfst. Als ob du mit der Fackel besser sehen würdest. Ich habe keinen Unterschied gemerkt. Aber sieht wichtig aus. Der Schmied, der Arme. Ja. Hofft auch noch immer, dass ich ihm diese komischen Salze bringe, oder? Denkst du? Hier habe ich geheiratet. Das war Zeit, als er einfach abhaut. Oh Mann. Ich konnte ja gar nicht den Finger herstecken. Ihr haltet euch wohl für einen Abenteuer, was? Ich bezweifle, dass euer Kampfgeschick für einen richtigen Kampf ausreichen würde. What? Komm her. Die besten Krieger von Himmelsrand haben mich gelehrt, die Klinge wie eine Verlängerung meines Armes zu führen. Okay, okay. Meine Mutter scheut keine Kosten, was mich anbelangt. Schließlich bin ich der Erbe des Familienvermögens. Okay. Okay, dann zeig mal was. Ha! Wie herkommen soll ich... Na, was ist? Zeig mir, zeig mir, zeig mir, zeig mir, zeig mir, was du kannst. Zeig mir, was kann ich nicht, was kann ich nicht? Du hast recht, ich kann mich nicht umbringen. Aber es geht mir jetzt besser, danke schön. Ist er schon drin? Ja. Ich kann mal... Das ist wie bei Marty McFly. Wie hast du mich gerade genannt? Was war das bei Marty? Memme? Ich weiß es nicht mehr. Oh. Hier ist gar nicht... Oh. Okay. Hier sind die Betten Wanderstunden. Good, 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 good. Was ist hier? Party? Oh Mann, hau ab. Was schiebt? Er löst sich gerade. Oh, ich hätte ihn jetzt abmuxen können hier, oder? Ah, die Kaserne zum Pennen. Wunderbar. Ist eure Rüstung etwa aus Drachenknochen gefertigt? Glaubst du? Tja. Töte ein paar Drachen. Easy. Wie mit den verdammten Ladenbesitzern. Wo ist er? Hier drin, oder? Nee, Rüfton. Wo ist er denn? Festung Nebel... Ist das die Abkürzung hier? Bei Festung Nebelschleier? Hm. Passt man... Lässt man sich eine Minute lang vergöttern? Nee, er ist hier drin. Und hat seinen Auftrag. Ja, es gibt einen Trankmischer hier in der Stadt. Aber der befindet sich auf dem unteren Weg. Er ist oben. Wie komme ich nach oben? Oh, ja. Shut up. Ich muss jemanden töten. Hallo? Ich hab nichts. Manchmal denke ich, vielleicht bin ich ja dieses Drachenblut. Aber eigentlich, ja. Okay, shut jetzt ab. Ich muss hier was Wichtiges erledigen. F5. Oh, nee. Warum sitzt du hier hinten? Du störst meine Kreise, mein Freund. Oh, shit. Da kommt doch jemand. Da kommt doch jemand. Und da und höre ich irgendwelche... Oh, oh. Ich wollte ihn nur zudecken. Pass nur auf, dass nichts passiert. Okay, shh. Alles klar? Alles ruhig? Versteckt? Bin ich versteckt? Versteckt, versteckt. Ja, Bestiengestalt wäre jetzt etwas übertrieben. Hey, Gaius. Was? Shut up. Jetzt die Zeit läuft. Was denkt ihr, was... What? Wieso stehst du auf? Okay. Er hat mich angegriffen. Hey, hör auf mal. Alles war gut. Ihr hattet genug. Ich weiß nicht, was hier los war. Der Typ ist einfach durchgedreht. Albtraum. Gute Nacht, gehen wir alle schlafen. Es ist nichts passiert. Es ist absolut nichts. Hier ist nichts passiert. Er hat geschrien. Und ich wollte ihn... ...trösten. Er ging ja mit dem Dolch auf mich los. Er ist irre. Am besten wir töten ihn. Okay. Du. Nicht entdeckt, komm. Was denkt ihr, was ihr da macht? Du warst sie. Du hast ja sauviel Energie bekommen. Er hat schon wieder angefangen. Ich kann nichts machen. Der Typ ist einfach... Komm, hörst du auf? Ich hab nichts gemacht. Oh, ich hab... Gut. Seht ihr das? Hallo. Hallo. Seht ihr, dass wir mich... Hallo. Könnt ihr mir irgendjemand helfen? Kommt schon. Könnt ihr den Beklopfen hier aufhalten? Was für Idioten. Okay, der Typ hat ganz schön Energie. Der hat ganz schön Energie. Oh, shit. What? Warum bin ich jetzt versteckt? Wenn er mich genau ansieht. Töten oder getötet werden? Das ist dir die Frage. Was kann ich für meine Nordverwandten tun? Bringst du mein Sandwich? Hoch. Erdnussbutter. Dankeschön. Aber keine Butter. Ich hasse Butter. Danke. Ganz lieb. So. Puh. Elementar-Eraserei. Ganz unauffällig. Okay, hier bin ich immer entdeckt dann, oder? Hup. Schwingt ihr, was ihr da macht? Ich weiß nicht, was hier passiert ist. Keine Bewegung. Ich habe nichts gemacht. Ich habe nichts gemacht. Gut, ihr geht schon mal liegen. Oh Mann, die Übereifrigke. Ah, ich gehöre zur Gilde. Wie wäre es, wenn ihr ein Auge zudrückt? 20 Goldstücke, um mein Kopfgeld aufzuheben. Ich kann sogar dafür sorgen, dass sich all eure Probleme mit den Wachen in Luft auflösen. Aber das wird euch was kosten. Was sagt ihr? Ja, 20 Goldstücke ist okay. Ist erledigt. Und jetzt geht, bevor ihr mich in Schwierigkeiten bringt. 20 Goldstücke ist okay. Wartet nur kurz. Brief des Vaters. Die war nicht schlecht. Naja, nicht wirklich. Okay. Ich weiß nicht. Ich hörte, ihr wart bei der Hochzeit der Cousine des Kaisers in Einsamkeit. Ja, zufällig. Das muss ja furchtbar gewesen sein. Ich kann heute noch nicht schlafen. Danke, Schatz. Warum ist hier noch immer so ein... Lasst mich raten, jemand. Noch so ein... Ding? Euch eure Süßigkeit... Ach, den belastenden Brief unterschieben, ich Idiot. Wartet. Brief, 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 Brief. Hätte ich fast vergessen. Brief? I have a brief. Der berühmte Satz. Belastender Brief. Yes. So. Dann, äh... Goodbye. Wenn ihr mit den Schlössern hier herumspielt, werden wir ein richtiges Problem damit haben. Ich kann mit meinem Schloss ein bisschen herumspielen und es knacken, wenn du möchtest. So. Wir... Hauen hier ab. Und tun so, als wäre nichts passiert. Gut, der Mord hat mich jetzt was gekostet? 40 Gold? Mal 20 für Ding und dann noch einmal... Okay, das geht doch. 40 Gold ist okay. Das hole ich mir doch glatt jetzt bei meiner Frau wieder ab. Hm. Ha. Mal sehen, ob noch Licht brennt, sonst gehen wir nicht rein, sonst. Ha. Honigheim. Bei meinem Honigpferdchen. Geliebter Schatz. Schön, euch zu sehen, geliebter Schatz. Ha. Gib mir Geld. Ja, mein Herz. Hat er noch ein Gold? Geld? Gold? Gold? Ja. Gut. Hier ist eure Hälfte, mein Schatz. I'm happy. 2800. Ich glaube, du hast noch etwas mehr gemacht, als nur... ...verkauft, hä? Oder war ich so lange nicht mehr hier? Die ganze Warterei, richtig? Das ist ja brutal. Da warte ich jetzt eine Woche und dann habe ich wieder 2000. Ich brauche überhaupt nichts mehr tun hier in diesem Spiel. Arbeit brauche ich keine. Danke, Schatz. Ich werde hier sein, meine Herzen. Du bist die Bestesteste. Du bist die Besteste. Die Schweinekinder. Augenblick, ich suche noch was. Die drei Herzen, ihr habt recht. YouTube, ihr passt gut auf. Nicht schlecht. Das war eigentlich nur ein Test. Das war nur ein... Habe ich das jetzt gegessen? Ich wollte es nur nehmen. Das klickt so komisch. Okay. YouTube, nicht schlecht. Das war, wie gesagt, nur ein Test. Nur ein Test. Und ihr habt den bestanden. Jetzt habe ich hier noch einen Drachknochen. Wozu? Da wird schon für irgendwas gut sein. Tränke, 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 Tränke. Warum bin ich schon wieder so voll? Eben jetzt zwei Hände. Kann ich das hier rauf? Ne, das ist nur für den Schildständer. Wo ist das hin? Das habe ich verkauft, richtig? Nein, Quatsch. Ah, ich muss... Alles klar. Waffen. Okay. Okay. Eigentlich hätte ich das Lydia geben sollen können. Naja, was soll's. Sieht gut aus. Moment. Hier muss ich. Hier muss ich. Gibt es ja Gifteausdauer? Ne, ne, ne. Gesundheit. Das nehme ich mir mit. Taschendiebstahl? Nein, nicht Ausdauer, oder? Ja, von mir aus. Was, 18 Stück habe ich hier drinnen von Ausdauer? Lecker mir. Gesundheit regeneriert sich 15% schneller. Das ist gut. Das nehme ich mir noch mit. Ausdauer nehme ich mir. Wahnsinn, warum... Warum nehme ich das Wort mit? 10% besser. Ach, ich kriege so viel Geld. Schlossknacken ist leichter. Shit. Ich muss eine Waffe ausgerüstet haben. Waffe. Krieg sagst. Super. Super. Ich weiß, ihr steht alle auf der... Der ist auch gut. Das gebe ich ja absolut und offen und ehrlich zu. Aber so geht es ja auch nicht. Außer gefällt es mir nicht so. Also. Dann tue ich den hier... Das passt so überhaupt nicht hier hin. Aber gut. Ich glaube, es leuchtet schön. Es leuchtet schön. Ich weiß, ihr flippt alle aus, weil ich den Ding... Aber ich will ihn nicht. Ich stehe auf Schwert und Axt. Und Seelen. Und verzaubern. Ich weiß schon, was Verzaubern besser ist. Aber interessiert mich... Den Käse. Ich weiß ja gar nicht, wie das funktioniert. Lass uns gut sein. Ist auch etwas, was mich nicht interessiert. Okay. Okay. Dann hätten wir das erledigt, YouTube. Und dann... Denke ich, wir können uns zurück zur Bruderschaft begeben. Ist das richtig? Gabriel. Erstatten wir hier Bericht? Natürlich. Und tschüss. Und tschüss, YouTube. Danke fürs Zusehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.